Euer JayTV auf jeden Fall macht heute wieder so ein neues Video und ja also ich wollte jetzt keine Videos mehr machen wo ich mich präsentiere sondern auch mehr in eine andere Richtung gehen möchte Unterhaltung, RealLifeStories irgendwelche anderen Stories Unboxing, darüber zum Gaming Gaming-Bereich einfach also das heisst bei mir werden jetzt keine Dings kommen sondern nur noch Gaming-Gaming Videos also ich habe jetzt einen Gaming-Kanal mir überlegt, dass ich das jetzt mache, weil ich wollte schon von Anfang an eigentlich schon mit FIFA und so anfangen. Aber ich habe da einfach halt noch nicht so gewusst, was ich jetzt für eine Art von Kanal mache. Und deswegen habe ich mich jetzt so langsam entschieden, dass ich jetzt wirklich nur noch auf Richtung Gaming zurückgreife und da dann halt einfach irgendwelche Sachen, also hauptsächlich dann eigentlich nur FIFA-Videos, also so Richtung FIFA-Youtuber dann bleiben oder auch mal andere Sachen, wo es mit Gaming halt zu tun hat. Und man kann ja auch an meinem Kanal erkennen, also an meinem Banner und an meinem Profilbild, dass ich jetzt das alte, was ich drin hatte, nicht mehr drin habe. Viele haben das jetzt schon gesehen, weil ich es auf Insta gepusht habe und die meisten auch so auf YouTube. Aber wenn jetzt ein neuer oder jemand dabei ist, wo ich es jetzt noch nicht gesehen habe oder so, entweder schau dann bei mir unten, ich tu meinen Kanal nach unten verlinken, einfach auf meinen Kanal vorbeigehen kurz. Oder ihr könnt mir auch auf Insta folgen, ist auch nachher alles unten im Snapchat genauso, Facebook auch so. Ja, das war es jetzt erstmal von dem Video. Ist jetzt nur so ein kurzes Video gewesen, aber ich wollte euch halt einfach mal so klarstellen, was jetzt überhaupt los ist, die Stars Ananas.